und damit herzlich willkommen zurück ich bin Holzverlade Simulator 2014 ne Spintyre ist immer noch mit der Karte der Alps und ein Rendi Rendi ist soweit fertig unten Glicky hallo hallo das gehen noch von Wochen auf kommt eigentlich hätte Glicky abmoderieren sollen das ist halt 15 Minuten das ist zu lang für sein Kurzzeitgedächtnis das ist einfach zu lang wer hat denn das auch erfunden dass die Folgen 15 Minuten lang sein soll warum denn nicht genau so und jetzt einfach hat der Kutsche oder wie man genannt hat das das gesehen der Kutsche ich kenne Kutsche von damals noch da hatte Platz da waren wir sympathisch da hat nämlich keine Dings gemacht hier keine Videos für irgendwelche Beauty Produkte da hat es nicht gebraucht weil er Platz hatte einmal zurück einmal und einmal drehen ich glaube jetzt kann ich auch die andere Kamera weil mich stört ich bin jetzt hinter dem also vor dem LKW ständig habe ich schon so ein Einbahnstraßenschild durchs Bild laufen das nervt sowas der Oliver Kahn macht aber auch nichts mehr oder jetzt im Tor nicht mehr ne also macht kein Fußball mehr ne ich war nicht mehr hab mich schon gewundert also ich als ich nie als dann kommen wir nicht ins Stolz hin oder was ne Olli ne als ich denke ich meine 10 Euro gewonnen hab da war halt auf der Seite so gut morgenbotschafter ne ihr Geld in guten Händen mh mh riesengroßen Bild von dem hab ich gedacht hm macht er kein Fußball mehr ja ach dann nicht mehr auch so ich könnte vielleicht erst mal gucken wie viel ich denn überhaupt Punkte brauche mh ich bin fertig so schön was hat das gesehen geladen und fertig weil es ich bin halt einfach das ist halt ja ich hab's in meiner Mutter zurückgesetzt gut dann bitte fahren sie mal rückwärts dann 3 2 ach ich muss erst mal raus oder ich drück doch das Ding nicht den ganzen Weg zurück ne ja wenn ich umkipp dann fahr ich gleich wieder vorwärts rein oder was mh effektiv ja ich würde eigentlich hier eben mal versuchen zu wenden hier rumkommen ist die Frage aber komplett rückwärts in dem Weg das wollte ich mir eigentlich nicht antun das ist ja hoffentlich oh der Wendekreis ist natürlich auch ne mit dem auf 747 hast du wahrscheinlich einen besseren tsch oh schön wie du wackelst ich bin gespannt wie wir leider in die spitze Kurve mit dem Geschoss da hochkommen wollen weiß ich auch nicht schön dass es dir jetzt einfällt das weißt du doch du bist selber doch schon 2-3 mal mit dem letzten Mercedes bist du voll hängen geblieben dort hast dich wieder beladen und bist nochmal umgefallen und das war noch nicht mal in der Kurve das war ein Mercedes halt ja das war so ein Z raus oder so ja der Z raus war das schon ja schlecht aber vorher war da die ganze Zeit richtig gut oder Zell raus oder Zellkreis ich weiß gar nicht wie es die nochmal gesagt hatte Zellkreis naja beim Großhändler gekauft hehehe komm noch ganz gut durch gut ich hab ein paar mal den Saalrad an 60 Liter schluckt er 66 Liter ich muss aufpassen dass ich die Stirne hinten drauf knalle ich hab noch ein paar Kanister auf dem Dach und nein da ist nicht nur Diesel drin auch wort gah hast du die markiert? oooh Juri unglücklich hehehe so da vorne war er gleich 8 ja ich hab mir jetzt die Strecke nicht nochmal angeguckt du fährst vorne weg deswegen möchtest du die Strecke auch ran eigentlich nicht aber ich weiß noch so ungefähr wo es lang geht sehr schön ja gut der ist vorne halt recht schwer jetzt ne wenn du hinten das kleine Ding siehst was du da dran hängen hast normalerweise dürfte das dich nicht rum ziehen dass du kippst mhm weil dafür ist er einfach vorne zu mächtig du musst natürlich noch das Holzgewicht dazu sehen hau ein Vieh ein Vieh ein Vieh oh das sah sehr gut aus was du da gemacht hast ja du hast gebremst da hängt heute links rechts links rechts links rechts ich hab gedacht du bist nur bis gut unterwegs ne oh du kannst aber auch bremsen wie du willst da rutscht einfach weg grüß dich so jetzt bin ich gespannt am besten ich zunde mal ihn an und gucke mir das Kino erstmal an die scheiß Brücke fahr ich da überhaupt drüber hier ja ja ich wollte ja mal was anderes versuchen aber ne das funktioniert gar nicht sehe ich da ist ja links daneben so eine tiefe Rille doch mal hier oben am Bach ne das ist zu steil da ganz oben ne ist eine ganz flache Landschaft da kannst du eigentlich durch die Bäume dann rüber mhm du hast du halt den Vorteil gegenüber von mir du hast den 3-Achser oh wirds ganz schön eng hier kommt jetzt auch die Stelle ich glaub das waren den Folgen die die Zuschauer nicht gesehen haben wo es mich hier ja das erste mal genau mit dem Fahrzeug umgeschmissen hat was ist denn jetzt jetzt kommt er hier nicht drüber oder was weil hier ein Stein liegt im Ernst ach da liegen zwei kleine Steine lässt er mich nicht über die Brücke ja gut ich geh mal außen rum seit der Nachteil wenn der vorne so ein Bügeln dann baust ja da hat es mich hier an der Stelle weggewippt da hat mich Randy mit dem Mercedes gerettet ja und dann hat sie selber weggewippt aber das ist hier auch eine der extremsten Kurven überhaupt ich bin da aber Gucker macht das richtig gut hier ich muss grad gucken ob ich hinten an den versuchten Bögen komme ja könnte dich vielleicht in den Bohnen versuchen ein bisschen zu stützen komm bin an den Bohnen dran da durfte jetzt eigentlich ja wenn du jetzt ein bisschen zu weit nach rechts machst aber da kommt ganz gut rum da schön gemacht hey achso schon geschafft ja ja hm jetzt ist ja die Folge wie komm ich jetzt hier rum jetzt kannst du wieder ausmachen ja ja deine Duftkerze ja ja mittlerweile sind sie gar hoch durch hm ja jetzt ist nur die Frage wie komm ich jetzt hier rum boah boah da bäumt er sich auch das Problem wird sein wenn die Achsen vorne beide in der Luft sind hast du keinen Antrieb mehr? dann kann ich dich mal lenken achso das ist das Problem das hast du ja nicht weil bei dir ja eh mal das wie geknickt ist hm 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 ich könnte noch kann ich dich nicht anhängen ne ne du musst noch ich muss noch ein bisschen oder mal du musst eigentlich also wenn du oben an diesen an den Bohnen rankommst dich dann so hochziehen so ein bisschen an der Wand kleben bleiben und dann halt an den äh linken Bohnen wo ich mich dann reingezogen äh rechten Bohnen ja ich bin ganz oben jetzt oben auf der Wippe an dem Bohnen achso ja 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 also mit der Dachkante hab ich mich da jetzt festgemacht ich hab ja am Dach die Zugpunkte da versuchen wir es mal wenn man aber nicht sieht Kamera Action ach sieht ne ja bisschen zu hören jetzt kann ich auch dich dran kriegen aber schnell das schaffst du doch so oder? ja ich lebe mich gerade runter ich muss erstmal irgendwie die Winde lösen na warte dann nimm die hier dann kann ja nichts passieren ah das sagen sie alle und dann pein sie irgendwann nimmst ich hab gerade Feueralarm hä? mit Dürftkerze ach haben wir doch keine Angst Junge ich hab mir gerade Feueralarm ja oh warte wir wollen wir es warnt dich jetzt jetzt wieso ist denn da jetzt gerade so zur Seite hab ich einen platten Reifen ich kontrolliere ne wir können weiterfahren gut da macht euch die Dings genau wieder ab ne kann doch nichts passieren dann stehst du doch nochmal denkst du ne fahre ich will nicht bremsen oder zumindest nicht ganz stehen bleiben also das war schon mal deutlich besser da haben wir manchmal schon eine ganze Folge zugebracht ja 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 das stimmt das ist ganz schön schmal ganz schön schmal das ist 1mm immer vorm Abgrund naja das ist für große Fahrzeuge ist das ja gar nichts eigentlich zum ersten mal sicher hoffentlich kommt meiner auch da so durch ja steuer weis guck am besten immer von vorne drauf also sprich ne dass du zwar vor dir nicht siehst aber du halt deine Maschine siehst dann siehst du ja ich lenke es immer ein bisschen nach links naja genau da immer so ein bisschen gegen die Wand und rollert den kriegst du ja zum Glück hin komm nicht abwürgen vürgen abwürgen ja Vögel hast du wahrscheinlich haben wir jetzt keine Vögel mehr als immer nis ne so hier ist ein Scheißhaus bestimmt aber das Scheißhaus ach da ist dann ja auch der Kirowitz genau da fahren wir dann über so eine Hucke da musst du aufpassen ist auch gerade so spurbreit gehen wir dann über so Dinge fahren da geht es rechts und links richtig tief runter ja das stimmt aber wir bleiben hier auf der normalen Straße ja hier unten wird glaube ich noch eine Tange gewesen sein aber ich habe noch 600 Zwillens habe ich noch 9 9 947 14 ich habe 518 von 850 ja ich habe so einen Durchschnittsverbrauch zwischen von Reisschildern sage je nachdem es gerade so bergauf ist natürlich ein bisschen anstrengend nur so lasst es in Rollen oh 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 Rollen verbraucht er natürlich nicht ja schnell die dann gleich beschleunigen dass man überstehen dass man ein bisschen schwung wenigstens mitnehmen also wenn ich jetzt zum beispiel rückwärts vorführen sind dezent man merkt schon dass jetzt drauf ist das ist hier war schon mal einer hat schon mal in der wiese gemäht keine leuchtende pilze gar nichts so cool aus aber von deinen dreven hinten von dem kleinen ding das sehe ich immer nur ganz leicht wie sich das profil dreht aber es ist komplett im schlamm ach so ja weil du meine spuren ja nicht siehst da sind auch ein bild dämlich ist das eigentlich ein vorteil für dich wenn du den spuren fährst ja ich weiß nicht ob das physikalisch ob mich dann auch was ausmacht also das wäre dann das nächste das ist genau dasselbe wie bei giants dynamischer boden gibt es synchron probleme ja die stellen das halt ja wenigstens von einzeln spieler da ist ein bisserl was sie ist andere sagen sich gleich auch wissen lassen wir ganz weg und ach das ding ja auch da das weiß ich ja da auch jetzt sind wir ja gerade mal in der zweiten folge ich glaube ich war das letzte mal mit den unimog hier bestimmt in der dritten ach ja in der dritten ja trotzdem meine unimog da waren wir etwa in der fünften oder so ja genau ja wenn wir jetzt hier das geschlängeln noch geschafft haben es gibt jetzt noch mal eine heikle szene ganz vorne wenn du jetzt hier rechts leicht rum bist dann links rum links rum und dann die rechts kurve die wird noch mal ein bisserl extrem und dann sind wir ja schon am ziel da hat man das erste schon erfüllt richtig das war ja schon mal richtig gut dann sollte man aber auch eine tankstelle schon wieder aufsuchen ich glaube wenn ich am ziel bin könnte ich fast kurz trocken sein mhm mhm also die hälfte habe ich jetzt durchgebraten mhm na gut ich auch von den 900 ich bin jetzt bei 545 da ist halt dann wie gesagt da ja mal dann zacken besser noch ne da hat halt noch mal einen separaten tank dran mal extra 500 litern mhm mhm und dann den platz dafür So... Es ist halt hier schlecht ne, sind auch wegen Bäume sieht es ein bisschen mauer aus. Na das ist auch nicht. Also nur oben auf der Kuppe kannst du maximal versuchen einen zu kriegen. Gucken wie ich da rum kann. Oh, Vorsicht. Es ist schon gekommen, dass du das jetzt nach links auskippst. Ich kann mich weiter sehen. Das ist mauer. Moment. Ganz schön nach links ne. Ja. Hast du jetzt gerade ne Winde dran? Jetzt hab ich gerade ne Winde dran ja. Oh, die hat gerade keine Spannung. Jetzt hat sie wieder Spannung. Und dann schleife ich die Scheiße da drüber. So, Ficken. Sagt man nicht. Kommt, ne es kommt nicht nach 22 Uhr Scheiße. Deswegen. Ja, tut mir leid. Geschlechtsverkehr. Wer macht denn sowas, alter? Wer macht denn sowas, alter? Ja. Wer macht denn sowas? Was ficken? Hä? Wer... Wer... Ich meine, Geschlechtsverkehr rufen. Mach doch keiner. Nö. Die meisten rufen Koitos. Koitos. Genau. Oh, ich bin schon rum um die Kurve. Profi-like. Hat mich nur ca. 90 Liter Sprit gekostet. Aber geht. Das mit dem Jamal genauso gut geschafft hätte. Ah ja. Ah gut, da hätt ich aber nur Kurzholz gehabt. War ich wahrscheinlich schon am Ziel. So, das war eigentlich die schwierige Kurve. Jetzt geht es eigentlich nur noch aufs Ziel drauf zu. Mhm. Wurde gleich da sein. Komm, häng dich jetzt ja nicht auf. Ja, war... Ach nee, oder ist das jetzt die Kurve? Nee. War die schon schwieriger? Nö, hier ist... Sag also. Was ist denn das Schild? Naja. Hier bitte nicht weiterfahren. Ja, ne, nicht. Naja, ein Vorteil. Einbahnstraße... Ach, wie ist denn das Schild leider mal? Einbahnstraße ist das Schild. Hm. Ja. Willst du denn? Du kennst ja nur Spielstraße. Naja. Kommt sie. Ja, geht sie. Ah, hier oben war ja auch noch meine Tanke dann hinten beim Dings. Halt, 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 halt. Nicht reinfahren. Moment. Ähm, Moment. Eine Aufforderung? Ja. Hast du gekriegt. Oh. Moment, Rückwärtsgang. Da. Hörst du wie sie klatschen? Nö. Na, du musst deine Kamera mal ein bisschen hinten auf die Dings bringen. Ja, jetzt ist es zu spät. Die haben gesägt und haben so... ...gemacht so wie die Ohreinwohner. So sehen sie die Leute, wenn ein bisschen Holz kommt. So, da ist Kraftstoff. Ach, und jetzt haben wir natürlich keine Werkstattpunkte, um hier hinten die Werkstatt freizuschalten. Hm, ach. Aber ich würde sagen... Ja, ein Kraftstoff, aber der Kraftstoff ist ja trotzdem aktiv. Ist trotzdem da, ja. Aber wir müssen dann, ja, ich würde sagen, da rüber, Kraftstoff tanken und dann zur Stammausgabe. Weil ich glaube nicht, dass wir das schaffen, wenn wir jetzt zuerst zur Stammausgabe fahren, nochmal voll machen und dann zum Kraftstoff fahren. Ich weiß nicht, ob wir das packen. Nö, 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 nö. Dann fahren wir jetzt hier runter, durch den Dings da durch und statt... Gleich über die große Wiese. Gleich über die große, ja, ja, genau, nicht so wie ich es beim letzten Mal gemacht habe. Ich muss dann die Wiese hoch und dann... Sollte die Waldweh. 311 Liter haben wir noch. Nee, das wird man nicht schaffen. Ach, du Sau. Ist das hier vorne hier? Ist doch nochmal ein Haus hier vorne. Ach, das ist hier hinten der... Nee. Nee, das ist was anderes. Naja, vermisch. Äh, hängst du fest? Nö, nö, das ist dieser... Scheiß... Dieser Scheiß-Bohn, der mir beim letzten Mal schon den Unimog, den Trailer da so verwurstelt hatte. Ah ja. Aber... Aber... Ich habe hier... Kann mich hier... Denke ich mal... Kann ich schon ein Stück hochziehen? Ja, ne, passt schon, passt schon. 33 Schaden, aber schaust du noch. Das sieht so gut aus, wie dein Name so da ist. Auf einmal immer schneller wird... Ja, abschmiert. So, jetzt muss ich das mal gucken hier, wie das hier aussieht. Ach, warte mal, da habe ich mir das letzte Mal was überlegt. Ja, so wie du, sollte man das ja eigentlich schon nicht machen. Hier, da drin ist doch eine riesen Lücke. Ah, scheiß Boom. Ich hätte nicht bremsen sollen. Achtung, ich komme. So, zack. Hast du gesehen? Abkürzung im Ball. Illegal überholen. Gelbe Flaggen, gelbe Flaggen. Hey, da war doch so eine schöne Lücke. Da fahrst du nicht die blöde Kurve. So, und jetzt geht's auf wie den Berg hoch. Komm. Ich glaube, ich habe den es bloß. Die Wurstel sind. War noch mal schalten müssen. War noch mal schalten müssen. Kriegst du es so hin? Kriegst du das so hin? Hab ich dich gefragt. Oh ja, und da muss er noch mal oben am Ding... Ja, hier musst du aufpassen. Ich muss erstmal kurz aus der 1 Plus raus. So, warte, ich lass mich ein Bild nach hinten. Das hier aus der Dings wieder rauskommen. Gut, wunderbar. Mal gucken, was passiert, wenn ich hier noch fahre. Ich komme nämlich hier die Kurve nicht ganz rum. Achso. Ja, kippt dann. Das ist halt danach da in einem Vierachser dann. Kannst nicht so steil einschlagen. Wo kommt denn das Ding? Ist das dann über der Kuppe her, ne? Nee. Nee, du fährst halt im Abgrund. Ach du Scheiße. Seh ich gerade. Du musst schon auf dem Weg bleiben. Ich bin langsam rückwärts. Langsam. Ist langsam. Boah, ich bin... Ach, auf Runde, wir sind eh fertig. Fertig? Ja. Das Däumchen nicht vergessen. Und ob ich das schaffen werde? Ach, das erstmal... Oh, hey. Ich sag Handbremse, Junge. So, Foto, Facebook. Alles klar. Das Däumchen nicht vergessen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Tschüss. 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 Tschüss.